Wir werden eine Bombe brauchen, um seine Kralle auszuschalten. Die Kralle auszuschalten, um die Kralle auszuschalten. Ihr weigert sich zu zählen. Was ist Batman? Er hat einen Panzer! Oh Gott, bring uns hier raus! Oh Gott! Los, los! Batman hat jetzt einen Panzer! Ja, mir wohl Angst, den gehackt! Wenn wir hier fertig sind, wird nichts von dieser stinkenden Stadt übrig. Da ist er! Inna! Sag gute Nacht, Batman! Aus dir machen wir hart Fleisch! Ja! Ja! Das wird mein Gott! Geht's weiter! Schreien und angreifen! Zieh immer! Schreien und angreifen! Hast du von dem Kerl gehört, der mit Scarecrow arbeitet? Er ist wohl neidisch auf Batman. Pass auf! Es ist mit mir! Zeit zu sterben! Widerhasen! Widerhasen!